Wenn Vivian dieses Spiel gewinnen sollte, weil es gibt gleich 14 Punkte, hat sie auch die Show gewonnen. Valentina kann aber natürlich da noch locker rankommen. Und so heißt Spiel Nummer 14. Pit-Patt. Pit-Patz. So wie Mini-Golf sieht das aus. Es ist Mini-Golf und Billiard gemischt. Papa Mini-Golf, oh nee. Es ist Billiard mit Mini-Golf. Es ist geschick gefragt. Ruhige Hand. Ruhige Hand. Ich habe es schon eben gesehen. Ja. Jetzt kriegen wir es hin. Hallo. Ja, Entschuldigung. Also, da haben wir natürlich auch einen Schiedsrichter. Oliver Christ ist hier. Herzlich willkommen. Hallo. Der kennt sich damit besonders gut aus. Und bei allen Fragen gerne an Oliver stellen. Ich erkläre nur ganz kurz die Regeln. Also, das ist Mini-Golf mit Billiard-Kö. Ihr spielt vier Tische. Für alle vier Bahnen zusammen. Wer für alle vier Bahnen zusammen weniger Schläge braucht, gewinnt dieses Spiel. Wie bei Mini-Golf. Also, wer weniger Stöße, weniger Schläge braucht, gewinnt das Spiel. Wird das Hindernis nicht regelgerecht überwunden, dann erfolgt ein neuer Abschlag. Heißt, kommt mal ruhig mit, immer hier, wo der Kreis ist, wo der Kreis anfängt quasi, ist eine Linie. Ja. Da muss der Ball auf jeden Fall nach dem Abschlag rüber. Bleibt er hier zum Beispiel stehen, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Okay. Sollte der hier gegenknallen und zurückrollen, dann spielt ihr von da weiter, weil er hat ja die Linie überquert. Hier ist nicht hier die Linie, was so aussieht, sondern auch hier immer beim Kreis. Was ist, wenn er rausfällt? Dann ist es ein Fehlschlag. Okay. Musst du von vorne anfangen. Muss man den auch so wie ein Krö? So, so möchte. Wie ich möchte? Ah, okay. Also, hinter dem Hindernis, wenn das erfolgt, es wird einfach weitergespielt. Gezählt wird die absolute Zahl der Schläge. Schafft man es nicht mit sechs Schlägen, bekommt man einen Strafschlag, wie beim Minigolf, also sieben notiert. Wir losen dann gleich aus. Wer mit Tisch eins anfängt, dann immer abwechseln. Also solltest du anfangen, fängst du an diesem Tisch an. Und man macht es so lange, bis es drin ist? Oder macht die Einschlag und dann mache ich einen Schlag? Nein. Immer einer spielt diese sechs Schläge durch. Und dann, okay. Dann wird gewechselt. Okay. So. Danke für dich. Danke. Und ich. So, Oliver Christ ist der Schiedsrichter. Der legt auch immer den Ball dorthin. Darf ich den nur einmal kurz anfassen, dass ich weiß, wie schwer der ist? Ja, du kannst ihn auch wieder hinlegen. Okay. Oh Gott, eine ruhige Hand. Das wird witzig. Wollte nur kurz was ausprobieren. Ja, ja. Hat keiner gesehen. Doch, ich. So, jetzt gucken wir mal. Und wir werden relativ schnell erkennen, ob die beiden vielleicht schon mal Billard gespielt haben. Hält man das so? Ja. Ja. Wie gesagt, die Ruhe durch diese führende Hand reinbringen. Die Bahnen werden natürlich schwerer. Und da lernt man ja auch etwas draus, dass es ziemlich viel Schub hatte gerade. Der Ball also relativ schnell unterwegs war. Jetzt darf ich spielen. Danke. So, ne? Also der wird immer von der Bande weggelegt. Dafür gibt es dieses kleine Papiermaß dort. So, also die Eins. Chance also hier einzulochen, zu putten, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, und auch der war wieder ein bisschen zu doll. Ich hasse dieses Spiel. So. Nicht so viel Kraft. Richtig. So. So was Geschickliches am Ende ist auch echt gemein. Wir haben so zittrige Arme. Ja. Aber macht ihr richtig. Ja, habt ihr euch alles schlau überlegt. Valentina hat schon die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Wir haben es gehört. Ach, fuck, das ist... Schjott. Das war so eine leichte Schaufelbewegung zu erkennen. Genau. Axial treffen. Nein. Das gibt es nicht. Ja. Und das war wieder ein bisschen viel. Bei wie viel bin ich denn jetzt? Vier? Ich glaube, jetzt kommt der fünfte los. Genau. Jetzt kommt der fünfte. Wie viel darf man machen? Sechs. Sechs. Ja, aber es wäre halt besser, wenn man drunter bleibt, ne? Also zweimal schon durch das Loch durchgeholpert. Okay. Jetzt mit Gefühl. Das ist jetzt auch ein scheiß Winkel. Ganz in Ruhe, such dir die beste Position, test es von beiden Seiten. Wenn man an einer Stelle Ruhe reinbringen kann, dann jetzt. Boah, ich zitter so. So, also jetzt wirklich vorsichtig. Ah, nein, 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 nein. Das fies ist, er rollt nochmal schön zu. Nee. So. Ja, wie gesagt, wir sehen, die Bahnen sind nicht eben, aber sie bleiben natürlich gleich. Also das Problem haben ja dann beide auf der Bahn. Sie muss, einen hat sie ja noch, das ist der sechste Schlag jetzt. Wenn der nicht trifft, dann kriegt sie eine sieben. So. Und das sind solche Spiele, die auch im Kopf gewonnen werden. Darf ich mich hier anlehnen? So. Damit ist es die sechs. Es kommt einer dazu. Die sieben. Das sind sieben. So. Vivian ist dran. Oh je. So. Wie macht sie es? Oh, das sieht schön aus, wie die Kugel hier rollt. Nein, nein, nein. Aber sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie... Aber er war ja schon mal drüber. Ja, genau. Dass sie natürlich auch aus den Fehlern ihrer Gegnerin lernen kann. Das ist jetzt wirklich sozusagen das Losglück, was sie hat. Ganz stark. Das waren zwei. So. Vivian fängt aber jetzt an diesem Tisch an. Wo ist die Linie nochmal? Hier hinten die. Hinter der Rampe, genau. Das heißt, er muss hüpfen, aber darf nicht... Wenn er drüber hüpft, habe ich dann sieben. Das ist ein Fehlschlag und dann hängt es wieder von vorne an. Aber es ist nicht die gleich sieben. Nein, nein. Ich habe dann einfach einen. Nein, nein, das ist dann nur ein Fehlschlag. Genau. So. Jetzt also umgekehrte Vorzeichen. Jetzt wird sich das Valentina ganz genau anschauen. Es geht um... Sehen wir gleich. ...100.000 Euro. Nein. Das war zu wenig. Wieder zurück, ne? Genau. Er geht wieder zurück. Aufgangsposition. Mehr Schmackes. So. Vivi hat Matchball für alle, die vielleicht jetzt erst... ...dazugekommen sind hier. Oh, fuck. So. Der war mal richtig... Genau. Da konnte man keinen großen Unterschied erkennen. Valentina schaut sich das genau an. Das sind natürlich auch solche Spielsituationen jetzt hier, wo Heldinnen geboren werden. Das ist so doof, wenn es am Eck ist, an der Kante. Ja, sie geht um das. Er hat sich also im dritten Schlag gelernt, dass hier ein bisschen mehr, in dem Fall auch mehr bringt. Ab jetzt wieder vorsichtig zum Putt, zum Einlochen. So schwitzige Finger. Scheiße, nein! Das war ein Test. Das war zu leicht. Ja, vom Eck ist schwierig. Es ist besser, wenn er wieder ein Stück zurückrollt, ne? Ja, schwer einzuschätzen. Abwarten, wo kommt er hin? Ja, ja, ja. Wo bleibt er liegen? Da liegen, da liegen, da liegen. Er rollt wieder zum Rand. Voll uneben. Er will wieder zurück. Aber wie gesagt, für euch beide gleich. Das ist für beide gleich, genau. Für beide gleich. Sechster Schlag jetzt. Ist das schon der sechste? Nein. Ich meine, ja. Genau, die fünf steht da. Der muss also sitzen. Oh, das gibt's doch nicht. Und das sind die Dinger, von denen träumt man noch nachts, wochenlang. So, das sind auch sieben. Das heißt, Valentina wittert Morgenluft, wenn wir es mal so sagen dürfen. Kann rankommen. Wie gesagt, sie hatte jetzt den Vorteil zu lernen aus den Fehlern von Vivi. Also jetzt ist das Motto sicherlich, ein bisschen mehr bringt auch mehr, um erstmal hinten in die Spielzone zu kommen. Zu viel heißt natürlich auch, dass er über den Rand gehen kann. Alles gut. Also ganz knapp an der Ecke und dann fällt der da runter. Edna, fühlst du ein bisschen mit, mit uns? Ja. Zack, so, jetzt ist er erstmal drin. Mal gucken, der sollte jetzt in eine ähnliche Richtung rollen. Da ist ein Magnet oder so drunter. Oder das ist die tiefste Stelle. Gibt es die Sportart oder habt ihr euch die ausgedacht? Nee, die gibt es. Das gibt es? Tatsächlich, ja. So, Schlag Nummer drei. Brauchen wir echt Geschicklichkeit, ne? Ist machbar. So, genau. Also die Chance ist jetzt tatsächlich da. Und dann läge Valentina nur einen dahinter. Zwei Bahnen hätten wir noch. Jawohl, und da ist er drin. Sie zu neun. Valentina lebt noch. Sie ist noch da. Und jetzt ist wieder alles offen. So, jetzt muss Valentina wieder anfangen. Guckt euch die Bahn genau an. Da gibt es einen kleinen Kniff. Mehr dürfen wir nicht sagen. Genau. Also jetzt wirklich in Ruhe angucken. Alle Zeit der Welt nehmen. Anschauen, was passiert. Überlegen, wie kann der Ball rollen, wenn er wo ankommt. Was macht er? Im Kopf. Richtig. Einfach überlegen. Notfalls auch mal hingehen. Noch mal kurz. Nimm dir jetzt einfach die Zeit. Viviane wird das Gleiche tun. Sie hat jetzt den Vorteil, dass sie es sich anschauen kann. Also welchen? Viviane, Verzeihung. Ach Gott, sie wird mich nachher schlagen. Das ist nicht schlimm, Ron. Sorry. Entschuldige bitte. Jetzt kriege ich schon mit zwei Leuten Ärger nach der Show. Zwei? Ich habe ein Bier gewonnen. Okay. Ich habe einen ganzen Schrank für dich. Guck es dir an. Ich gucke doch. Ich checke es nicht. Schauen. Also gucken. Was macht die erste Wand? Dann musst du probieren und dann wirst du auch vielleicht sehen. Was macht die erste Wand? Was passiert dann mit dem Rest? Wo wird die Kugel langgehen? Vielleicht landst du es auch nach der ersten Kugel. So. Den Mutigen gehört die Welt. Sagen wir es mal so. Ja, komm. Oder ich mache so einen Flip. Ein Flip? Ich weiß nicht, ob ein Flip erlaubt ist. Nein, ein Flip ist nicht erlaubt. Ein Flip ist leider nicht erlaubt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Augenblick ist, wo man so eine Technik probieren sollte. Warte mal kurz. Ich denke jetzt noch einmal nach. Weil es kann ja nicht so offensichtlich sein, dass ich das jetzt, wenn das so ein... Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Manchmal ist auch der erste Gedanke der Beste. So, jetzt höre ich aber auf. Ich weiß nur, dass Vivi gleich da sein wird und wird es sich genau anschauen, was Valentina macht. Vivi schleicht und analysiert. Sofort sich das anschauen. Aber ob ich es dann hinkriege, ist die Frage. Das war krass. So. Weißt du, was gerade war? Kennt ihr diese Schachfilme und so, wo so Zahlen auf einmal kommen und wenn man den Winkel berechnet und das hatte ich gerade im Kopf. Ja, gerade beim Schach kenne ich das mit Winkelberechnung. Ja. Also immer, wenn ich gegen Elton Schach spiele, geht es mir genauso. Mein Blick ist auch schön, ich war völlig geschockt. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung, ich kann nicht mehr klar denken. Okay. So, jetzt, glaube ich, muss man ordentlich mehr viel denken. Genau, jetzt geht es ja weiter wie bisher. Ich bin jetzt nicht zu schwach, oder? Ja. 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 Okay. So, wo rollt er hin? Liegt eigentlich gar nicht so schlecht. Und auch hier wieder alle Zeit neben, gute Position suchen. Meine Nerven. Ich weiß nicht. Probieren, Position suchen. Auch da kann Vivi wieder lernen, wie du es machst. Also das ist wiederum ihr Vorteil, wie sich das anschaut. Jetzt hast du die schwierige Phase. Hab ich, ja. Und dann krieg ich so kurz vom Ziel, gell? Ja, nur mal zur Beruhigung. Da steht jetzt eine 3. Ich tu mir echt schwer, den, wie stark ich das machen soll. Und da ist er drin. Vier. 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 Geht natürlich besser, aber muss man auch erst mal schaffen. Die vier. Vier hat's gesehen. So kann's also auch gehen. Von vorne. Die Herangehensweise, die Richtung schien richtig zu sein. War nicht genug Schmackes. Richtig. Oh, nö. Zack. 14 zu 11. 14 zu 11. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, mein Vater oder Bruder wird es gerade unter Nägeln brennen, hier runter zu rennen und das zu machen. Ich war aber im Minigolf zwar auch nie so meins, aber egal. Du musst ja nicht anrufen. Ich weiß nicht, warum ich so wenig Kraft habe. Vielleicht gehe ich weiter weg. Das gibt es nicht. Ja, 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 ja. Und jetzt hilft vielleicht die Gravitation. Und sie hilft nicht. Sie hilft nicht. Fünfter Schlag. Damit hat Valentina schon wieder einen aufgeholt. Und, 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 und. Und, 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 und drüber ist er. Immerhin. Aber von da muss er gespielt werden. Das heißt, dass... Und du musst treffen, es ist Schlag Nummer 6. Also hat Valentina 2 schon wieder aufgeholt. Ich wollte letzte Woche noch Billard spielen gehen mit meinem Mann. Und da habe ich gedacht, nee, komm, kommt schon nicht dran. Man weiß es nicht. Das ist das Spannende bei dieser Show. Man weiß nicht, was dran kommt. Nee, Billard ist ja auch nicht dran. Doch, aber das hätte mir geholfen. Ich bin so ein bisschen unsicher mit meiner Handhaltung. Damit bin ich ganz gut gefahren eigentlich beim ersten Mal. Aber man überdenkt ja dann immer alles hundertmal. Rollt über den Rand. Nein, somit sieben Schläge für diese Bahn. Und das letzte, die letzte Bahn. Wir müssen das kurz erklären. Wir machen jetzt beides nochmal das. Genau. Und du fängst an. Wenn ich das jetzt gewinne, ist es dann, machen wir dann noch ein... Wenn du das jetzt gewinnen solltest, hast du auch die Show gewonnen. Wenn Valentina dieses... Das kommt auf die Punkte an. Ja, 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 ja. Also wenn du weniger Schläge hast als Valentina. Bei dem jetzt. Bei dem jetzt. Du hast, glaube ich, Valentina hat jetzt zwei vor. Das heißt, du musst, sagen wir mal, mit drei Schlägen machen. Und wenn Valentina dann fünf Schläge macht, haben wir einen Gleichstand. Und zwei Schläge weniger haben als Valentina. Dann hast du die Show gewonnen. Ansonsten hat Valentina dieses Spiel gewonnen. Und wir spielen eine Entscheidung. Also ein letztes 15. Spiel. Okay. Okay. Also nochmal. Valentina 14. Vivi 16. Quasi zwei hinten. Warte mal kurz. Ich will nicht die Konzentration stellen. Wie ihr seht, hier gibt es keine Linie. Hier gibt es immer nur entweder Treffen oder nicht. Also wenn ihr hier irgendwo landet, logischerweise von hier könnt ihr ja gar nicht da rein. Man muss halt immer wieder von vorne. Richtig. Wichtiger Hinweis. Er sollte also wirklich von dem Punkt über die Rampe reingehen. Wenn wir jetzt beide sechs brauchen, hat sie trotzdem gewonnen, weil sie zwei schneller waren. Richtig. Und wenn ihr beides nicht schafft, hat auch Valentina gewonnen. Richtig. Nach sechs. Richtig. Bra. Das ist gut, dass ihr diese Simulation dort nochmal so macht. So, gut. Also, Technik her, haben wir vorhin auch schon gesehen bei Valentina, ist ein bisschen so eine Löffel-Technik. Also, ne? Und dadurch kommt nicht richtig der Druck auf den Ball. Und dadurch ist der Händler auch nicht schnell genug. Richtig. Oh, der Impuls muss es sein. Ich kriege nicht die Power auf den Ball. Ich weiß nicht, warum. Du hast es gerade gesagt, Ron. Technik. Aber ich weiß gerade nicht, was ich anders machen kann. Überleg, ne? Ich will keinen Druck aufbauen. Ja, es... Aber drei Schläge... Hast du im Prinzip noch. Wie bitte? Drei Schläge hast du im Prinzip noch, weil dann hast du fünf gebraucht. Valentina hat ja zwei Vorsprung. Ja. Ich mach einfach. Ich will nicht... Denk... Ja. Wenn du beim sechsten Schlag bist, brauch Valentina nicht mehr machen. Richtig. Das wollte Elton gerade andeuten. Nur ein bisschen Druck aufbauen. Gott. Ja. Kannst du gut. Für die Matchball-Inhaberin. Also. Was ist denn noch für eine Technik? Das gibt's noch. Da ist er so hoch. Du musst ja ein bisschen fliegen. Richtig, ne? Da ist er unten. Da ist er ein bisschen... Da ist er ein bisschen... Schlag Nummer vier. So, und jetzt geht's in die richtige Richtung. Aber wir gehen jetzt auf die Schläge aus. Nummer fünf. Der muss sitzen. Und das war's nicht. Aber wir gehen jetzt auf die Schläge. Und dann hat Valentina dieses Spiel gewonnen. Muss gar nicht mehr antreten. Matchball abgewährt. Ei, ei, ei. Danke schön. Dann starte ich kaputt. Vielen Dank, Oliver. Ja, und man hat bei Valentina, glaube ich, genau gesehen, das Wechselbad der Gefühle am ersten Tisch so, scheiße, das schaffe ich nie, sieben Schläge, vielen Dank, Vivian braucht nur zwei, hat wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschrieben, aber dann nochmal rangekommen. Also es bleibt richtig spannend und ich glaube, nach der Sendung werden wir alle schön schlampampen, aber jetzt geht es erstmal weiter, bitte. Punkt der Verteilung, Matchball abgewehrt, er steht jetzt 53 zu 52 für Valentina, die Führung bedeutet aber nichts, denn egal wer das nächste Spiel jetzt gewinnt, gewinnt 100.000 Euro, wir sind beim letzten Spiel, hier ist Spiel Nummer 15.